um hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Brick Force Pick'em mein Name Freitag mal wieder auf dem US-Server du 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 um weil ich dass sie sowas von meinen Lieblings Server sind für die Zielplanleiter sie sind der sich diesen nahm geladen von Formel Klaut geknackt gute gesichert wir gucken es mal eben aber wir haben sieben Pick'em Wind Coins Coins Kult ich habe heute schon ein bisschen gespielt und konnte sagen heute ist nicht so der geile Tag zum schon zocken bin ja mal gespannt was für eine Aktion heute kommt bestimmt wieder so eine vollbehinderte Aktion wohl eh nein ich denke er heute kommt die Aktion wo die vorherigen Pay Waffen wo man sich Tokens gekauft hat uh das ist cool also ich meine die Sachen hier wie hieß es wie war das ich meine die Waffen die ungefähr sowas wie die Octopus-Kunde die konnte man sich ja die hat man ja bekommen wenn man sich Tokens 14 Euro gekauft hat man die Gratis dazu bekommen dann gab es noch eine Aktion wo man vier verschiedene Waffen äh wie heißt es äh bekommen hätte können wenn man Tokens gekauft hätte und ich meine dass äh jetzt äh gleich äh um 15 Uhr so eine eine Aktion gibt boah Alter ist meine Playstation 3 verstaubt ey bäh was ist denn da drauf widerlich ach kommen wir jetzt noch nicht zum Thema ich würde sagen die werden jetzt im Shop angeboten weil Brickfaust braucht Geld bzw denn wenn wir brauchen Geld die Brickfoss in der Spiel um wo man nach Lader und da aus dem ist hier der Ultrakorn nein leider nicht jetzt haben wir leider nur noch ein wegen Kündigung nil 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 kohlen ok ich gucke jetzt erst mal nochmal die anderen Borts ich weiß noch was eine Mahlerei ein wenig ein Bord gekriegt mit lösen Chancen reingeklickt Weltraum Granaten aber ich werde hier auch ein kleines Projekt mal wieder auch also ein kleines Projekt mal wieder auf den US zu machen nämlich das Frauen und nicht so viel Rüsi bis zu 140 Rüsi Projekt nennen he 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 wirken woher woher sich das bekloppt an von nicht so viel Rüsi bis zu 140 Rüsi Projekt klar das ist nämlich auch garantiert also ich werde auf jeden Fall hier auf bis auf 1135 leveln damit ich diese Pound Moment Fak Kölnol Hülp das ist das okay also die kostenläre auch hier achtet auf mich dabei gab es nicht nur mal hier in uns geht der hat 400 Kostner was wir hier der Hunde der Tätigkeit haben wir haben wir auch noch ein paar Sachen hat niemand bestand ne Borddrein Schaum der letzte kohlen die macht man um nichts gewonnen spiele scheiße ich höre jetzt auf dem mitbrief worden ich habe auch mittlerweile festgestellt dass kann wenn coins spielen so süchtig machte richtig cooles picken bin ausgedacht für special bloß dann war ich so behindert und habe meine 50er stack verspielt ich habe zwar irgendwie fünf gewinne gemacht aber ich hätte jetzt klick 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 und dann alle verkürzt verspielt und deswegen ich werde wieder ein paar anspannend von US EU EU server und wird dann irgendwann special machen das Träger kein special ச Luna dann noch nachher noch indem die всп fast vorbildemachen eine BDD die 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 dascional will nicht das表ungslos also das zeigt dann auch keinen der ist es mehr ein glücksgefühl wenn es gewinnt weil dann ist ja garantierte Gewinn dabei die Uhr Brüder Kettgeber umgekehrt die Gute ja bis zum nächsten und jetzt wird es gesagt werden egal können wir sehen was sie alles ist ich weiß wie Kurt wir werden müssen wir bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018